Hey Leute, hier ist der Alamar mit dem wunderbaren Warhammer 2 Total War. Hier sind wir. Wir haben ein War am Laufen. Oh, jetzt muss ich... Ach, ich hab nur noch 8 Runden. Stimmt ja, ich muss bis dahin, die das da oben zerstört haben, ne? Schaffe ich das so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Das geht schon, aber Lothar schaffe ich vielleicht bis dahin nicht. Also, Angiral, Elisthorhofen, Blüm und dann Thor Iveress. Also Simon. Hoffentlich schaffen wir das. Ja, wir spielen The One and the Punch. The One and the Punch. The One and the... The Hound and the... Ding jetzt. Dann, 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 dann. Ähm, machen wir mal den hier auch da hin. Ratenjagd. Uh, wah, oh. Ah, Kaffee. Hm. Kemri gegen Dynastie von Rakab. Am Krieg sollen die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Was war das eine da? War das das Schwert des Cain oder so? Das kann aber nicht sein. Oder die, die das da oben beschützen? Oder besetzen? Verlangt Zähne! Glitzernde Helm. Alle Armeen. Ne, ne, ne. Äh, ein Zeitalter des Entdeckens. Er tobende Meeresgott, äh, Stromfels. Warte. Alle Großhafenbesitzer sind aneinander diplomatischen Wege bekannt geworden. Ach so, cool. Grom de Poach. Yes, yes. 10% Waffenstärke. Wir haben nichts mehr. Ich muss kochen. Siehst du, ich weiß nicht, wie lange schon. Ich hab bestimmt rumkrakeelt. Alles klar. Okay. Äh, Monsterschleim. Hm. Ah, Monsterschleim. Kugelfisch. Ähm. Passive Fähigkeit. Ungeheuerliches für Trolle und Riesen. Warte mal, was macht das denn? Ungeheuerliche passive Fähigkeit. Rangrekrutierung für Trolle 2. Fügt eurem Kader der legendären Söldnerregelwetter fünf Supersquicks hinzu. Lol. Passive Fähigkeit Stachelhaut für Infanterie der Goblins und Nachgoblins. Was? Alter, es ist gestört. Adlerklaue. Munition Adlerauge gegen Infanterie für geschossene Einheiten der Goblins. Munition 10% Geschosseneinheiten der... Buh. Ich meine, ich hab jetzt keine explodierenden Pfeile mehr. Gobbo-Beine. Passive Fähigkeit Berserker für Infanterie der Orks. Was ist, wenn ich so ein Trollding mache? Ähm, ich mach mal Regeneration und, ähm... Das mit der Stachelhaut. Blah, 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 blah. Könnt ihr Stellung nicht dieser Region nicht... Achso, wir sind in irgendeiner Armee? Keine Ahnung. Achso. Geht aber auch nicht. Jetzt müssen wir uns hier beeilen. Solange der Goblin noch läuft. Ich glaub, wir müssen durchfahren. Ich glaub, ich hab... Wir machen erst mal... Wir zerstören erst mal... Wir... Wir können ja bis... Wir müssen jetzt einmal Gas geben hier. Boah, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Okay. Okay. Das ist Kruger. Adput. Adput. Schlüpfrig. Erst mal hier weiter. Das ist der... Genau, das ist der hier. Der Gunther. Wie heißt der? Kruger. Adput. Man kann's auch umbenennen. Man kann die auch umbenennen. Ragnik, äh... Spinnenklau. So heißt die Armee, ne? Ich kann die auch alle umbenennen. Wie Bester War. War des Zweitbesten. Die Superbrigade. Scrum, der Fettsack. Äh, wo kann ich hier nochmal die Armee umbenennen? Das ist Scrum. Das geht auch irgendwo. Ist aber jetzt egal. Mit dem Rest machen wir nichts. Wir brauchen immer noch Beute. Der War ist aber dann weg. Das hat das Problem dann. Dam, 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 dam. Räikland gegen... Ah! Was? Was? Schlechte Kommentare auf meinem YouTube-Kanal! Okay, machen wir jetzt, äh... Fisto-Hafne. Hä? Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt. Dankeschön. So ist dann noch der weiße Turm. Von Hüt. Hüt. Oh, noch ein bisschen Beute. Hüt. Hurtz. Okay, äh... Wahrsagen, ja. Aura-Guste-Führerschaft, 10. Energieser, Nachladerate. Machen wir erstmal... Ach, machen wir das. Das ist nur ein Punkt. Dann haben wir das... Keiner braucht sich aufregen. Das ist auch noch... Wow. Machen wir Rattenfingernähe, ne? Machen wir hier Mauern rein. Wir bleiben hier. Sollen wir noch kommen. Und weiter geht's. Ich würde gerne wissen, wann die nächste, äh... Dingenschlacht kommt. Ich muss noch mal meine Charaktere ausstatten. Aber wie gesagt, wir sind gerade beschäftigt. Bevölkerungsüberschuss. Carcassonne, Carcassonne und Lyoness. Zweimal Carcassonne. Fraktion angetroffen. Rot und Stamm. Grön, Hörn. Aha. So, dann machen wir jetzt den hier. Das ist auch nicht Spiel... Das ist lächerlich. Normalerweise spiele ich gerne, aber das... Ich meine, die sind vielleicht hier weiße Löwen. Von Gröns, das sind aber nur drei Einheiten. Und der Rest ist Opfer. Gut, den auch nicht... Achso, sogar Hüt. Hüt. Hurt. Weg damit. Oder? Boah, ich weiß gerade nicht. Ne. Wir haben einen Kurbelwagen zu der Schnottlinge verloren. Siehst du, das kommt davon. Hätte ich spielen sollen. Das kommt davon. Ausrauben. 28.000. Dann haben wir Platz für Elite-Kurbelwagen. So. Was geht hier hier nicht? Sekunde. Das geht aber nur in der Stadt, oder was? Okay. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Dann bauen wir neue Kurbelwagen. Kurbelwagen ist dort in den Klappen. Und Stachelwalzen. Oder wir holen uns lieber eine Kamikaze-Katapulte. Kurbel-Majest. Noch mehr Dickhäutigkeit. Und Sterblichkeit ist drinnen. Längere drauf. Ist ein Majorisiger. Ist nicht zufälliger. Wirkungsreich. Hm. Mach ich das nochmal. Entsetzen ist super. 34.000. Carcassonne. Spinne. Kneipe. Mauern. Ähm. Ach, machen wir auch noch die rein, würde ich sagen. Ne, haben wir auch noch die Wildschweinreiter. Obwohl. Doch, die brauchen wir jetzt. Das sind bessere Kavalleristen. Als die Spinnreiter und so, finde ich. Die sterben immer so schnell. Du kannst dich auf die echt nicht verlassen. Die sind zwar schnell. Aber. Äh. Ja. Äh. Moong und Marikannet. Gennet. Was? Nein. Boah. Bläh. 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 Äh. Migration. Geht's? Gorsam. Minus 3. Alle Provinzen. Magst du minus 10? Die war so. Ich komm nicht dran vorbei. Es gibt's ja nicht. Ich. Nein. Sag nicht, ich muss einmal rum. Nee, ne? Oh nein. In vier Runden schaff ich das? Nein. Muss ich hier rum so? Jetzt verstehe ich das erst. Die können ja gar nicht. Das ist ja übel. Oh. Ich glaube, wir werden unseren Wurf verlieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet dann. Aber scheiße. Vielleicht gebe ich einfach Vollgas nochmal. Nochmal laden. Nee. Wir müssen damit leben. Kauer. Wer ist denn Kauer? Ach, der ist das. Das ist der Ork. Bleib erst mal da. Kauer. So. Äh. Treibende Moschers. Schwerere Keulen. Das ist aber nur für die Wildorks. Oder? Schrottvermissung. Für Freischalten. Für Schützen. Wildorks. Wildorks. Ach, machen wir das noch bei. Es kostet nur hier. Es kostet nur Schrott. Eine Runde. Wir haben immer noch Minus. Guck mal, hier sind überall Schätze. Ich weiß, ich kann rumfahren und Schätze sammeln, aber scheiß drauf. Das ist immer so nervig. Oh. Er belagert aber nur. Ja, kann er. 17 Runden lang. So, wir haben jetzt noch drei Runden, wie ich mit dem Border hinkommen muss. Also werden wir das wahrscheinlich... Ich kann auch nicht tunneln. Das darf ich auf der Insel wahrscheinlich gar nicht. Es gibt wahrscheinlich keine alten Zwergentunnel. Drei Runden. Eins, zwei, drei oder so. Gut, dann werden wir das wahrscheinlich verlieren. Dann müssen wir das Beste draus machen. Das ist krass. Ich dachte, ich kann hier durch. Aber das geht gar nicht. Guck, ich dachte, das wäre ein Tor. Ist es nicht. Guck mal, das ist ein zerstörtes Tor. Hier oben ist das nämlich eine Passage. Das wusste ich nicht. Es ist wirklich mehr ein Tor. Das ist ja scheiße. Dann machen wir Tor viel noch Platz. Das wusste ich nicht. Wollen wir uns mal kurz plündern und besetzen. Warte mal, ich muss was kurz überprüfen hier. So, wir nehmen mit. Boah. Boah, das wäre doch mal was, oder? Was sind denn halt Orks? Ich tue die mal bei den Orks rein. Für den Rest brauchen wir mehr Geld, oder was? Nee, halt. Warte mal. Äh. 30 Runden, 30 Runden. Können die Squeaks mit reinnehmen. Oder ich rekrutiere irgendwas. So, zum Beispiel. Nachtgoblins Fanatiker, da sind sie. Genau, die brauche ich. Äh, machen wir mal kurz hier rein. Äh, das hier. Nee, boah. Keine Ahnung. Komm, wir reparieren das nur so. Das ist egal. Wir können auch weiter mit dem War. Wir können versuchen, hier oben durchs Phoenix-Tor zu gehen. Wir können uns das Schwert des Cain holen. Ich weiß nicht, was das bringt. Will das überhaupt können? So. Das ist teuer im Unterhalt, ne? Schweineteuer. Warten wir mal eine Runde kurz, ne? Nee, zwei. Schade. Ich kann auch nicht hier tunneln. Das war echt dämlich. Das war echt dämlich. Ich kann wissen, was das mit dem Warster passiert. Ja, so sieht's aus. Tja, Pech. Dass ich das ohne Entg- Äh, äh, äh. Unentgeltlich mache. Ohne Entgeltlung. Guck mal, hier ist Chaos überall. Ich glaube, wir verpissen uns über den Norden. Oder wir machen jetzt Lothan noch platt. Schwerere Keulen ist erforscht. So, jetzt müssen wir aber mal... Das müssen wir mal den mal ausstatten. Also. Rüstung plus Zehnfähigkeit. Helm der Zwietracht. Das ist ja nicht ganz cool. Äh, Groms Axt. Feuerresistenz. Was macht der hier? Magierresistenz. Sie haben da wieder gut. Viertel pro Sekunde. Machen wir mal an. Glücksbanner ist okay. Haben wir noch ein paar Banner? Hier ist was. Sonst haben wir keine Banner mehr. Einkommen aus ausraubender Siedlungen. Chance und Diebstahl mag ich den Gegenstands nach der Schlacht. Einkommen und Erbeute nach der Schlacht. Führerschaft der Vier-Einheiten der Nachtgoblins. Armee des Kommandanten Unverdommenheit plus zwei Provinz. Aber das hier ist doch ganz gut. So, jetzt haben wir zwei Banner. Das hier ist Führerschaft plus vier und Führerschaft plus sieben. Ja, kommen noch die Nachtgoblins noch und dann geht's weiter. Das ist Raikan Spinnenklaue. Wir stehen hier immer noch. Wo auch immer die dann hinwollen. Die können wir uns mal grad abfangen hier. Sind auch in Marschposition. Das heißt auch, sie können wahrscheinlich nicht mehr laufen. Jawohl. Schade, die eine Schlacht da oben hätte ich noch. Spielen soll. Jetzt haben wir die ganze Zeit keine Schlacht. Aber es wäre wirklich langweilig gewesen. Ich weiß ja nicht. Riesenspinne. Das ist aber nicht die Riesenspinne. Das ist Kruger Edput. Lass uns erst mal zu Fuß, würde ich sagen. Äh, flinke Füße, schlüpfrig. Wollen wir erst mal weiter. Wir gehen einfach nach der Reihenfolge. 6.000. Ich glaube, wir warten noch. Die eine Runde. Dann können wir noch einmal was platt machen. Ich glaube, wir gehen runter nach Lotharn und machen jetzt alles platt. Wir reißen jede Siedlung nieder. Das heißt, jetzt ausrauben, dann niederreißen. Ist dann ja, wir haben sie schon mal ausgeraubt. Intrige der Pestilenz. Das war die Fraktion. Oh. Das ist nicht gut. Eine neue Zutat. Immer schiefer soll ich niederreißen. Na gut. Egal. Machen wir das mal. Dann haben wir jetzt sogar eine... Geh mal nach oben. Was soll's. Also, irgendjemand hat das Schwert des Cain. Oh, Lotharn hat das Schwert des Cain. Oh Gott. Lotharn ist recht groß. Oder sie sind konföderiert. Habe ich irgendwas nicht bekommen? Schon länger, oder? Ja, ich glaube schon länger. So, und die Fanatics bekommen. Führerschaft plus 10 oder... Ja, Rüstungssystem, der Waffenschaden. Hallo? Da frage ich nicht zweimal. Okay. Der belagert nicht mehr. Guck mal. Drei Phönixe. Zum Kotzen. Bosse den 9, du. Bosse den 9, du. Bosse den 9, du. Yes, yes. Okay. Weiter geht's. Ja, das war jetzt der Waffenschaden. Jetzt nehmen wir gleich weniger. Aber... Damit rechnen wir ja. Oh. Eure Exzellenz. Euer Waag ist leider fehlgeschlagen. Ihr habt die feindliche Hauptstadt nicht rechtzeitig erobert. Eure Horden haben sich zerstreut. Es erwartet euch dieses Mal keine Trophäe. Ihr müsst eure zerstörerische Macht von Neuem aufbauen. Stumpid Elves. Es ist Grom's. Macht also nix wirklich. Sehr schön. Leider in die folgische Richtung gelaufen. In Brunst. Ne. Das ist... Äh... Hönnisch. Hau ab. Hau endlich ab. Ach, er ist das. Lass dich ruhig weiter belagern. Äh... Wie teuer ist das? Das ist in jedem Fall besser. Wie viele Runden? 16. Oh. 4000. Äh... Sparen den Rest. Ich wette wir machen Lothan Start, weil Lothan jetzt bestimmt einfach alles besetzt. Intriger des Untergangs. Gental können wir platt machen. Lass, wenn sie da Pool aus Gold hätten. Schmetterlinge haben sie. Da große Botschaftergötze. Oh. Oh. Oh, geil. Stimmt, wir waren ja was Fettes am Bauen. Das müssen wir dann unbedingt noch, äh, rekrutieren. Das geht aber nicht da, ne? Das sind legendäre Regimenter. Da müssen wir... Kurz mal das erobern. Wir lassen das links liegen. Wir lassen das... Das können ruhig irgendwelche dann zurückerobern. Das ist mir egal. Nein! Lass mich doch! Ah, guck mal hier. Definitiv Waffenstärke. Klar, Panzerung... Ich meine, Gutes, ne? Die halten ja dann mehr aus. Ganz gut. Eigentlich vielleicht doch ganz gut, denen das zu geben. Lassen wir das bei denen erstmal weg. 15 Runden. Immer noch Minus Geld. Minus Geld. Minus Geld. Minus Geld. Etien. Etien. Komm schon, greift mich mal mit einer großen Armee an, bitte. Nein! Wie vor, dann? Diesmal habe ich weggedrückt. 100 ist einfach viel zu viel. 100, meine Güte. Halbes Vermögen, Konfrontation, Winterzahn. Oh, das ist nicht gut. Es wendt Norska stärker. Oh ja. Oh nein, dann greift meine Siedlung an sowas auch. Okay. Wir spielen, oder? Ach komm, wir spielen. Da haben wir noch eine Schlacht dieser Folge gehabt. Ich darf nicht in dieses Auswürfeln verfallen. Aber es ist halt immer blöd, gegen Armeen zu spielen, die halt lächerlich zu besiegen sind. Aber ist okay, die haben ja ziemlich fette Einheiten dabei. Dann sollte man immer spielen. Die machen nämlich Unterschiede. Guck mal. 291, 91 und die Armee hier. Okay. Oh Mann. Hässlich, oder? Gott, ey. Okay, los geht's. Blar, 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 blar. Move it fast. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay, und los geht's. Jetzt mal kurz warten. Oh man ey, das ist ganz schön... Siehste, das macht den Unterschied, wie viel... Oh shit. Siehste? Kann den Unterschied machen. Ist aber nur alles für ihn. Egoist. Jetzt sparen wir uns. Äh, diesmal kommen wir nicht mehr dahinter. Treff nicht mehr, ne? Ja, sehr schön. Oh ja, steht falsch rum. Sehr gut. Ich dachte, die sind nicht schneller hochklettern, ne? Das war's schon. Ach guck mal, das sind zwei verschiedene Elfen. Hahaha. Oh man, ihr werdet euch so... Guck mal so... Ja! Für Ultwan! Für die Hochelfen! Mit ihren Herzen auf den Schilden! Denken sie... Oh man, wir werden's schaffen! Und dann... Oh nein, Trolle! Pfff! Oh Gott, was ist das? Pfff! Pfff! Ich habe hier unter euch geschlafen! Pfff! Guck mal, wie er schon guckt mit seinen grünen Augen, ist das geil, oder? Pfff! Schade! Das war jetzt ja unspektakulär! Schade! Das war jetzt ja unspektakulär! Pfff! Schade! Das war jetzt ja unspektakulär! Pfff! 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 Das waren die Kavaleristen! Pfff! 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 Schaffens die Goblins? Pfff! 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 Mehrere wichtige Gegner. Das war's. War trotzdem cool. Okay. Wo ist denn noch irgendwas? Das fliehen doch alle. Komisch. Und Warth. Ach hier. Kann er wahrscheinlich nicht fliehen. Finja, Eds Magier, tot. Jetzt flieht er. Okay, soviel dazu. Gut Leute, dann bis zur nächsten Folge Warhammer. Haut rein. Halt rein. DieUP. Musik. Hier ist los derechos. Untertitelung des ZDF, 2020